By the power of the stars! Soraka oder Aurelion's Soul, eins von beiden. Nice. Ecoby? Ist das Rice? Big Hits! Big Hits! Big Hits! Batman! Also Vain? Du warst ein Mann, oder nicht? Ein blonder Superheld. Hä? Wer ist das? Was soll das sein? Eine Glaskugel. Ein Superheld, der dir die Wahrheit vorher sagt. Was ist lila in League of Legends? Rice. Manchmal. Kasadin. Kasadin. Warum? Ich habe es nur wegen lila gesagt. Ich habe keine Ahnung, warum der Rest da ist. Flasher. Das ist... Ornn? Das ist der Blitzkind von Ornn. Thunderlord Ornn. Es könnte natürlich immer noch ein AD Carry sein, aber es gibt sehr wenige nichtmenschliche AD Carry, die weiblich sind. Wir suchen keinen, was da hin. Aber wir suchen auf jeden Fall Support. 2012. Big Hits! Ja, wir gehen bei Lulu ein. Lulu könnte recht alt sein. I don't know. Alter, dieses 2012 ist ja verrückt. Ich distritchat. Ihr sagt... Was? Was haben die meisten geschrieben? Zaira? Ich habe recht mit Zaira.